Guten Tag und herzlich willkommen bei Rentenfernsehen.de. Diesmal auf Tour hier in Mülheim an der Ruhr. Hier treffe ich den rentenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Anton Schaaf. Herr Schaaf, schön, dass Sie da im Rentenfernsehen sind. Sehr gerne, hallo. Schaaf, ich habe mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt, habe mal geguckt, was hat denn Toni Schaaf so in den letzten Jahren Schlaues zum Thema Rente gesagt. Und Sie haben in einem Redebeitrag im Mai 2011 vor dem Deutschen Bundestag gesagt, dass nicht die SPD, sondern die CDU die Rente mit 67 gewollt hätte. Und können Sie gleich nochmal beschreiben, wie es denn überhaupt zu dieser Entwicklung Rente mit 67 gekommen ist? Denn meine Wahrnehmung ist, dieses Thema ist sehr eng mit der SPD verknüpft, aber nicht so sehr mit der CDU. Ja, in der Tat, weil im Rahmen der Großen Koalition war es so, dass Franz Müllte für den Arbeitsminister geworden ist. Und im Koalitionsvertrag war die Rente mit 67 vereinbart. Aber auf Drängen der Union, nicht auf Drängen der Sozialdemokratie. Allerdings hat dem Koalitionsvertrag ein Parteitag der SPD in Karlsruhe zugestimmt. Und damit war klar, wir waren in der Pflicht. Und als Franz Müllte für den Arbeitsminister wurde, hat er halt rechnen lassen und hat dann im Januar oder Februar des Jahres 2006 gesagt, er will den Abschluss Rente 67 vorziehen und zwar von 2035 auf 2029. Und damit war im Prinzip erstmal so richtig öffentlich, dass es die Rente mit 67 geben würde. Und von da an wurde die Rente mit 67 immer verknüpft mit der SPD und mit Franz Müllte. Aber das ursprüngliche Ansinnen des Renteneinsatzes zu erhöhen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, das war bei der Union. Das war nicht bei uns. Ich erinnere mich an unseren Wahlkampf, dass wir gesagt haben, wir wollen die reale Lebensarbeitszeit zunächst mal verlängern. Von damals knapp 62, eben auf die gesetzliche 65 und dann darüber nachdenken, ob es notwendig ist, weiter voranzugehen. Und von daher ist nochmal relativ klar, die Rente mit 67 war von der Union gewollt, allerdings von dem Arbeitsminister vertragstreu im Rahmen der Großen Koalition, Franz Müllte, umgesetzt. Okay. Dieses Gesetz Rente mit 67 enthält ja eine Überprüfungsklausel. Die SPD, die SPD inzwischen ja in der Opposition, kommt ja bei der Beurteilung im Moment zu einem etwas anderen Ergebnis als die Regierungsparteien. Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Auffassung nach jetzt erfüllt sein, damit die Rente mit 67 Möglichkeit werden kann? Naja, da muss man sich diese Überprüfungsklausel, die ich sehr, sehr gut kenne, weil ich sie selber formuliert habe, nochmal vor Augen führen. Da steht drin, dass im Jahre 2010 die Regierung verpflichtet ist, zu schauen, wie die Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Situation der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Und vor dem Hintergrund dem Bundestag empfehlen muss, ob die Rente mit 67 kommt, ab 2012 oder nicht. Und bei der Einschätzung unterscheiden wir uns sehr wohl. Und das hat was damit zu tun, wenn man einfach schlichtweg, für mich ist die entscheidende Größe noch gar nicht so sehr, wie viel sind es jetzt wirklich zwischen 63 oder 60 und 65, sondern wie viele gehen abschlagsfrei in Rente mit 65. Das ist die entscheidende Frage. So, und dann fällen wir fest, dass es marginal ist. Wir sind deutlich unter 10 Prozent, die abschlagsfrei in Rente gehen. Also das, was wir sozusagen als Voraussetzung brauchen, dass wir den Menschen dabei helfen, auch annähernd an das gesetzliche Renteneintrittsalter ranzukommen, damit sie möglichst abschlagsfrei in Rente gehen können, das ist überhaupt in keinster Weise umgesetzt. Was wir jetzt haben, ist eine demografische Entwicklung. Es fehlen Facharbeiterinnen und Facharbeiter und dann werden diese, auch wenn sie älter werden, länger in Betrieb gehalten. Das, was wir hatten mit den Altersteilzeitregeln, mit der Vorrufstandsregelung, ist weggefallen. Dadurch bleiben die länger in Betrieb, weil sie nicht einfach mehr so zu entsorgen sind, wie das vor der Zeit möglich war. Dadurch erwöhnt sich das durchschnittliche Alter der Beschäftigung. Logischerweise, zwangsläufig. Aber das als Erfolg zu feiern, ist völliger Unfug, weil es ist zwangsläufig. Mir kommt es darauf an, wie hoch ist die Quote derer, die tatsächlich abschlagsfrei in Rente gehen können. Und da sind wir nicht wirklich viel besser geworden. Und bei Frauen sieht es noch viel schlimmer aus, wie bei Männern im Durchschnitt. Und das ist für mich der Hintergrund zu sagen, wenn das noch nicht so ist, wenn sich die Situation der Älteren noch nicht wirklich substanziell verbessert hat, wenn die Chance, abschlagsfrei Rente zu bekommen, sich nicht wirklich verbessert hat, dann darf man ein höheres Renteneintrittsalter nicht einführen. Welche Voraussetzungen müssen denn jetzt in Ihrer Vorstellung erfüllt sein, damit man Menschen auch tatsächlich bis 65 oder sogar bis 67 am Arbeitsplatz halten kann? Es sind ja im Prinzip immer dieselben Sachen, wie wir seit vielen, vielen Jahren. Altersgerechtes Arbeiten, altersgerechte Arbeitsplätze. Es geht immer auch um Weiterbildung, Qualifizierung, all diese Sachen. Wir reden über, es gibt ein Konzept der SPD, gute Arbeit, also Humanisierung der Arbeitswelt. Wir reden zunehmend über psychische Erkrankungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil der Druck so unheimlich groß ist. An all diesen Baustellen muss man arbeiten. Das kann man selbstverständlich, nicht nur als Gesetzgeber kriegt man das hin, sondern das muss man in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Gewerkschaften machen. Aber wir haben irgendwann mal so formal beschlossen, wir wollen ein höheres Renteneintrittsalter, aber alles das, was sozusagen unbedingt notwendig ist, um das auch erreichen zu können, um es umsetzen zu können, um vor allen Dingen auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung dafür zu haben, das haben wir eben nicht gemacht. Und das ist das Problem. Man hat jetzt, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben drei Beteiligte bei dieser Diskussion. Ich erlebe das in Gesprächen so, dass Arbeitnehmer eher auf die anderen zeigen. Also du Arbeitgeber musst was machen und ihr Politiker müsst was machen. Welchen Beitrag müssen denn die Arbeitnehmer erbringen, damit sie auch bis 67 in Arbeit gehalten werden können? Na, ich gebe dann immer so ein püblisches Beispiel. Ich war ja Betriebsratsvorsitzender bei der Müller-Pfuh. Und da war es immer so, dass wenn schwere Arbeit anstand, war es für die Kollegen überhaupt kein Problem, wenn diese schwere Arbeit entsprechend entlohnt worden ist. Und dann waren die Kollegen mit 55, 56, 57 kaputt. Und dann hatte sich irgendwer darum zu kümmern, dass sie versorgt werden. Wenn man darüber nachdenken würde, dass man schwere Arbeit erstens vermeidet und wenn sie dann anfällt, zusätzlich einen Ausgleich in Form von Freizeit. Beispielsweise schafft. Damit ihre körperliche Belastung nicht auf Dauer so hoch ist, sondern eben nur punktuell. Wenn man zum Beispiel sagt, naja, für das Risiko, dass jemand aus so einer schweren Arbeit erwerbsgemindert wird, ist ja relativ hoch, dass man zusätzlichen Teil des Lohnes nimmt, um diese Erwerbsminderung, das heißt Rentenverluste, auszugleichen. Beispielsweise. Das ist auch gerade egal, wenn der Kollege mit 55 kaputt ist, also jetzt nicht bösartig, aber naja gut, dann ist der eben raus und dann kommt ein neuer. Also da braucht es schon einen deutlichen Mentalitätswechsel und das nicht nur bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern insbesondere auch bei Arbeitnehmern. Da, wo Sie jetzt gerade die schwere Arbeit angesprochen haben, also auch die unter Zeitdruck oder unter Akkord, gibt es ja häufig steuerfreie Lohnbestandteile. Also auch viele sagen, ich mache nur Überstunden, wenn sie eben nicht sozialversicherungspflichtig sind. Also ich sage mal im recht kurzen Blick, nehme ich auf das Geld, was man jetzt zum Leben braucht, ist dann eine Lösung, dass alles das, was bisher steuerfrei und in der Regel dann auch sozialversicherungsfrei ist, nicht generell dann der Sozialversicherungspflicht unterliegen sollte. Ich würde die Frage, die Steuerdebatte an dem Punkt gar nicht führen wollen. Aber die Frage, ob da sozusagen ein erhöhtes individuelles Risiko zusätzlich honoriert wird, ob man da nicht was zusätzlich auch machen muss für die sozialen Sicherungssysteme, insbesondere für die Rente, habe ich hier gerade eben versucht zu beantworten. Ich sage es mal so, wenn der Arbeitgeber Müllabfuhr in Mülheim an der Ruhr eine solche Arbeit anbietet, die tendenziell bei den Beschäftigten dafür sorgt, dass sie nicht bis zum regulären Renteneintrittsalter kommen können, wieso geht man da nicht nach dem Verursacherprinzip vor und sagt, dann muss der für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzlich in die Rentenversicherung einbezahlen? Im Falle der Erwerbsminderung würde das bedeuten, weniger Abschläge für den betroffenen Arbeitnehmer oder im Erlebensfall würde es eine höhere Rente bedeuten, wohl wissend nicht, dass Leute, die eine solche Arbeit gemacht haben, im Durchschnitt eine geringere Lebenserwartung haben. Also beides wäre eigentlich in Ordnung. Also auch mal nach dem Verursacherprinzip zu fragen. Das betrifft aus meiner Sicht insbesondere die Frage Gesundheit, also die Frage Krankenkassenbeiträge und die Frage Rentenversicherungsbeiträge. Die Frage Steuern nicht so sehr. So, weil weniger die Allgemeinheit eintreten muss, als vielmehr die Versichertengemeinschaft bei Gesundheit und bei Rente muss im Wesentlichen die Versichertengemeinschaft eintreten. Ich würde den Arbeitnehmer aber mit dem Risiko der Erwerbsminderung nicht alleine lassen. Das tun wir im Moment aber. Und wenn wir sehen, wir hatten da das größte Risiko, Altersamt zu sein, sind es im Prinzip, wenn man so will, im Moment Solo-Selbstständige und Erwerbsgeminderte. Der ist aber ein wichtiger Punkt, sicherlich auch wieder in dieser Diskussion, ist die Frage der Rehabilitation. Rehabilitation. Ich kenne das so aus der Berufswelt, dass im Bereich der Schreibtischtäter man erst dann einen rückengerechten Schreibtisch bekommt, der höhenverstellbar ist, wenn der Rücken schon kaputt ist. Ich weiß aus dem Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung, dass die Fristen zwischen Reha-Maßnahmen von drei auf vier Jahren verlängert worden sind. Welchen Stellenwert hat die Rehabilitation in der Rente? Wir haben ja jetzt im Moment eine aktuelle Debatte mit Reha-Deckel, dass der angehoben werden muss. Ja, aber das ist, also Reha ist für mich eher nachgelagert, weil ich rede erstmal über Prävention. Was tun wir denn, damit die Menschen überhaupt nicht in die Situation kommen? Einen kaputten Rücken zu haben oder kaputte Augen vom PC oder Rücken leiden, weil sie Müllmänner sind oder psychische Belastung, weil es einfach zu heftig wird oder so. Was tun wir an der Stelle eigentlich ganz gut? Und erst dann ist ja Reha entscheidend. Und da muss man auch nochmal bei Reha ganz genau hinschauen, muss man eigentlich jeden, jeden, der kaputt ist aus Arbeit, irgendwie noch versuchen fit zu halten. Und dann gibt es ja nicht dauernd irgendwelche Verschiebebahnhöfe zwischen den verschiedenen Versicherungsträgen. Also, dass wir das Reha-Budget anheben müssen, anpassen müssen, ist völlig klar, ohne dass man das Tor und Tür öffnen muss, das ist völlig klar. Aber Reha ist für mich erstmal immer nachgeordnet. Wichtiger ist Prävention. Wir haben ja durch die Reform der Renten wegen Erwerbsminderung, haben wir uns ja für die jüngeren Jahrgänge von der Berufsunfähigkeitsrente verabschiedet. Wenn man jetzt mit Menschen spricht, das Thema Rente mit 67 aufwirft, dann gibt es, ich weiß nicht, ob jetzt Neiddiskussionen das richtige Wort dafür ist, aber da kommt der Bauarbeiter und sagt, ich habe jahrelang auf dem Bau gearbeitet, ich kann nicht mehr. Dann kommt der Nächste und sagt, ich bin Lehrer, ich kann die Kinder anderer Leute nicht mehr ertragen, bin psychisch vielleicht dann auch belastet. Brauchen wir so etwas, quasi die Wiedereinführung einer Berufsunfähigkeitsrente? Ne, das glaube ich nicht. Ich kenne auch niemanden, der es ernsthaft will. Also auch nicht aus dem gewerkschaftlichen Bereich. Die Frage ist eher, wie gehen wir zukünftig mit der Erwerbsminderungsrente? Also eine Berufsunfähigkeit, ich sage mal so ein typisches Beispiel ist, der ausgelernte Bäcker, der mit 25 eine Mehlstoffallergie kriegt, der kann mit Sicherheit irgendwas anderes noch machen, wo es keinen Mehlstoff gibt. Es wäre Blödsinn zu sagen, wir brauchen nie wieder arbeiten. Das ist die Berufsunfähigkeit. Also von daher ist da die Erwerbsminderung schon zielführender. Aber da muss man ihm auch dabei helfen, dass er real auch seinen Lebensunterhalt wieder selbst bestreiten kann. Also ich würde nicht zurück wollen zur Berufsunfähigkeit. Ich finde, die Erwerbsminderung ist sehr zielführend. Allerdings müssen wir die Frage Zugänge miteinander diskutieren und die Frage Ausstattung der Erwerbsminderungsrente. Weil ich habe eben schon mal gesagt, diejenigen, die erwerbsgeminderung sind, haben enorm hohes Risiko, Altersabzettung. Es gibt auch in dieser Diskussion immer Vorschläge als Alternativen zur Rente mit 67, die dann einfach da heißt, ja, dann lass uns doch einfach den Beitragssatz erhöhen. Würde man mit so einer Forderung auf offene Ohren stoßen? Ja, bei der Rente mit 67 sogar mit Sicherheit. Also wenn man jetzt die ganze Frage Demografie, demografische Entwicklung, Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tendenziell abnimmt und so weiter, wenn das alles nicht berücksichtigt, sondern einfach nur sagt, Beitrag und Rente mit 67, dann reden wir im Jahre 2029. Also wenn wir bei 67 sind, über einen Beitragssatz, der um 0,5 Punkte geringer ist, wie er sonst sein müsste. 0,5 Beitragssatzpunkte, geringer ist, als er sein müsste. Und dann reden wir da über Parität, also für den Arbeitnehmer, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,25. Wenn ich dem Arbeitnehmer anbiete 0,25 Beitragssatzpunkte mehr und dafür keine Rente mit 67, weiß ich, wie das Spiel ausgeht. Ist doch völlig klar. Man gewinnt an Lebensqualität ohne Ende für einen Viertel Beitragssatzpunkt. Das ist für mich nicht die entscheidende Frage. Und wer die Rente mit 67 quasi monetär begründet, der macht aus meiner Sicht auch einen klavierenden Fehler. So, und ich tue das nicht. Deswegen stelle ich das nicht gegenüber. So, ich habe immer gesagt, es geht um Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und nicht um die Frage, ob ein Beitragssatzpunkt halben höher oder rauf oder runter. Wir könnten ja Riester sozusagen entgegenstellen. 4% bezahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber, nämlich die zurück in die Parität. Was spielen dann 0,25 eine Rolle? Dann hat der Arbeitnehmer sogar noch gewonnen. Das ist jetzt nicht das Spiel, was ich da an der Stelle betreibe, sondern ich sage, wir kommen um ein höheres Renteneintrittsalter auf irgendwann nicht drumherum. Und das hat mit Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zu tun. Sie haben gerade das Thema, Stichwort mir geliefert, Riester Rente. Vor kurzem lief in der ARD die Sendung das Riester-Dilemma. Und das hat also zu einem erheblichen Echo auch bei den Zuschauern von Rentenfernsehen geführt. Wie stehen Sie heute zu dem System der Riester-Rente? Wir haben in dem Fernsehbericht einen Beitrag gesehen vom SPD-Bundesparteitag, wo Ihr Genosse Ottmar Schreiber ja dagegen gewählt hat. Er hat gesagt, könntet ihr euch vorstellen, dass bei der aktuellen Finanzkrise, die wir haben, so etwas wie eine Riester-Rente nochmal eingeführt werden könnte. Also wo steht die SPD, wie ist heute das Verhältnis der SPD zur Riester-Rente? Wie das insgesamt ist, kann ich nicht wirklich beschreiben. Ich glaube aber eher distanziert kritisch. Das ist einfach eine Frage der Entwicklung. Also das, was man damit verbunden hat, das, was geglaubt war, in den Zeiten, als wir es eingeführt haben, das ist in der Form überhaupt nicht eingetreten. Das muss man so sagen. Und die Renditen, die daraus zu erwarten sind, sind zumindest in Teilen fragwürdig. Und bei mir ist es so, ob eine Individualisierung und Privatisierung der Altersvorsorge überhaupt Sinn machen kann. Also rauszugehen aus der Kollektivität, aus der Parität, war bei mir immer schrittig. Jetzt hat die Partei mehrheitlich damals so gut beschlossen, dass wir das so machen. Für mich als Gewerkschafter ist die Frage Parität der Entscheid, dass wir die Parität verlassen haben und dass wir individualisiert haben. Ein Lebensrisiko zumindest an diesem Punkt ein Stück weit individualisiert haben, ist für mich das Problem. Weil Riester beinhaltet zum Beispiel nicht die Absicherung gegen Erwerbsminderung. Macht auch nichts weiter für Hinterbliebene. Es hilft nicht bei der Reha, bei der Finanzierung von Reha. Also es ist komplett aus dieser Solidarität auch was. Und das ist das, was mich an der Geschichte stört. Und darüber hinaus ist es ja in der Tat, man braucht sich ja nur die Zahlen angucken, es lohnt sich für die, die relativ gut verdienen. Und diejenigen, die es eigentlich am nötigsten hätten, noch was zusätzlich zu machen oder die eh geringe Renten erwarten müssen, die partizipieren am wenigsten von diesem System. Also auch von der staatlichen Förderung. Und dann kann man immer sich hinstellen und sagen, naja, aber wer 5 Euro spart, hat 60 am Ende dazu. Ja, das mag ja durchaus sein. Nur welche Ansprüche habe ich denn daraus? So komme ich damit überhaupt aus über der Altersarmungsgrenze hinweg? Komme ich damit über grundsicherer im Alter hinweg? Trotz Riester. Das ist doch die entscheidende Frage. Und die muss ich beantworten. Und für viele, viele, die ja Riester können, also anspruchsberechtigt sind, lohnt es sich nicht, weil die insgesamt nicht über Grundsicherung hinauskommen. Und dann macht es keinen Sinn für die zu Riester. Dann ist es auch nicht zielgenau. Zielgenau ist es doch, wenn Riester dabei hilft, über die Grundsicherung eigene Ansprüche zu haben. Und nicht, wenn es verrechnet. Und das ist das, was mich da an der Stelle umtreibt. Dass also der, ich sag mal so, der städtische Angestellte mit einem recht hohen Einkommen oder der Kollege bei der Deutschen Rentenversicherung mit einem recht hohen Einkommen relativ viel umwandeln kann in Form von 4 Prozent, relativ viel staatliche Förderung kriegt. Für den lohnt sich am Ende dieses System auf jeden Fall. Allein durch die staatliche Förderung, also durch die Steuerfreiheit. Und für den Arbeitnehmer oder den prekär Beschäftigten lohnt sich dieses System tatsächlich nicht, weil er noch in unseren Umständen fürchten muss, noch nicht mal über Grundsicherung zu kommen. Und dann ist die Frage, ist das eigentlich zielgenau, dieses System? Erfüllt es das, was wir damit in Verbindung gebracht haben, gehofft haben? Und das tut es definitiv nicht. Das heißt also, es gibt jetzt Stellstreuen, die gedreht werden muss. Ich habe aus Ihren Äußeren gehört, also die Vorwürfe, die schon anno 2008 in dem Monitorbericht aufgekommen sind, wo man eben gesagt hat, die Leistungen aus der Riester-Rente werden hinterher auf dem Grundsicherungsanspruch im Alter angerechnet. Und das, was ja, sage ich mal, vom System her zunächst mal richtig ist. Wir haben ja auch Grundsicherung, da wird die Leistung aus der gesetzlichen Rente, die wird angerechnet. Genauso wird Riester-Rente angerechnet. Dass es da aber, ich sage mal, ein Problem der Gerechtigkeit gibt, das beim Menschen ankommt, das kann man sicherlich dann nachvollziehen. Wo sollten, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten zu sagen, ich nehme mir jetzt das Riester-Rente vor, an welchen Schrauben würden Sie jetzt konkret sagen, das und das möchte ich jetzt verändert wissen? Die Frage ist, ob man es beibehält. Das ist eine viel grundsätzliche Frage. Oder ob ich das, was ich da in Förderung nehme und so als staatlicher Förderung nehme, ob ich das nicht lieber in die gesetzliche Rentenversicherung reinpacke und dann beispielsweise Rente nach Mindestentkertpunkten weiter vorfahre. Um Menschen, die nicht ganz so viel verdienen, aber vernünftig abzusichern, und zwar über Grundsicherung, ohne dass sie was abgezündet haben. Rente nach Mindestentkertpunkten ist so ein Instrument. Wäre ja die Frage, ob man da nicht sozusagen, wenn man insbesondere die, die wenig verdienen, also auch wenig Ansprüche im Alter haben, wenn man die meinte, so ist ja die Frage, ob Riester uns dabei jemals helfen wird, die zu erreichen. Dann fängt da so eine Freibetragsdebatte beispielsweise an. An diesem Freibetrag müsste ich jedem zugestehen, auch dem, der richtig viel Rente hat. Auf seine Riester und so weiter und so fort. So, ich dürfte nicht nur Riester als Freibetrag quasi einräumen, sondern ich müsste auch Leistungen in die gesetzliche Rentenversicherung als Freibetrag halten. Eigentlich auch den Sparstrumpf. Das sind ja alles Sachen, die ich schon mal versteuert habe, mir erarbeitet habe und so weiter und so fort. Also ich dürfte nicht nur einen Freibetrag auf Riester einführen, sondern zum Beispiel auch auf eigene Rentenversicherungsbeiträge müsste ich das machen. Und dann wird es ein bisschen abstrus, finde ich. Also dann versuche ich, was zu konstruieren, nur damit ich dieses Instrument rette. Wenn ich aber doch feststelle, dieses Instrument ist nicht zielführend, dann muss ich die grundsätzliche Debatte führen, warum mache ich es dann eigentlich weiter? Warum hole ich das nicht zurück in die gesetzliche Rentenversicherung? Und stabilisiere übrigens auch die damit. Und hole mir das zurück in die Parität. Also nicht, dass man jetzt alle Verträge, die es da gibt, auflösen muss. Aber die Frage ist, ob ich neue weiter fördere. Ich kann ja nicht, die bestehen, die bestehen halt. Die fördere ich auch, bis sie ausgelaufen sind. Das kann man ja machen. Aber die Frage ist, ob ich neue weiter fördere oder ob ich nicht gleich lieber sage, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die potenziell davon profitieren könnten, werden ordentlich abgesichert in der Rentenversicherung. So, und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man eher die Debatte führen sollte, das zu reintegrieren. Jetzt sind Sie ja Bundestagsabgeordneter, auch nicht Lebensberater. Aber wenn man die Diskussion um die Riester-Rente verfolgt, dann hat man ja vielleicht auch sicherlich den Normalsterblichen draußen im Lande Vorsicht, der dann sagt, da gibt es einmal den Herrn Riester, der auch über Lande zieht und mit Vorträgen nochmal für das Modell der Riester-Rente wirbt. Auf der anderen Seite gibt es dann Monitor und Panorama und wie die ganzen Sendungen heißen, die dann da kritisieren. Sie haben jetzt auch neue Denkansätze in Richtung Riester gebracht. Was soll der Bürger eigentlich jetzt heute machen? Kann man Ihnen jetzt noch guten Gewissens raten, macht eine Riester-Rente oder soll er jetzt dann die Hände in den Schoß legen? Was macht er jetzt? Ja, sicher. Also diejenigen, die recht gut verdienen, also die ein gutes Gehalt haben und so, für die lohnt sich das mit dem Riester im Moment noch. Das ist so. Das war aber nie die Idee dahinter. Und die Idee war einfach zu gucken, dass diejenigen, die wenig verdienen, sich zusätzlich absichern können, weil das wahrscheinlich die gesetzliche Rentenversicherung, wenn man sich nicht verändert, auch nicht leisten kann. Das war der Hintergrund. Aber genau die erreichen wir eben nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, so, hallo, soll ich Riester, der gut verdient, soll von mir aus Riester, der soll es aber jetzt noch machen. Allein durch die staatliche Förderung und das, was ich da gelten mache, habe ich eine relativ gute Rendite, jenseits der Frage, dass die Versicherungen jetzt permanent einen mitteilen, Jahr für Jahr, dass die Gewinnerwartung wesentlich geringer geworden ist. Also, wie hoch die Renten, so, und am zweiten Zweifel hat der Gesetzgeber ja auch dafür gesorgt, dass zumindest das, was ich eingezahlt habe, auch wieder rausgehört. Also Verluste mache ich dann nur in Form von Kaufkraftverlust, aber nicht in real. Und daher kann man das machen. So. Nur Geringverdiener, Leute, die wenig verdienen, werden es sowieso nicht machen. Und die muss ich trotzdem sichern, weil die sind doch die Altersarmen, zukünftigen, nicht die, die gut verdienen. Und auch in der Lage sind, zusätzlich zu Riester. Die sind doch nicht die, die zukünftig Altersarm sind, im Wesentlichen. Der eine oder andere vielleicht, aber im Wesentlichen nicht. Sondern die, die eben nicht Riester, die, die ich jetzt nicht erreiche mit diesem Instrument, die sind doch die, die mir Sorgen machen müssen, was die Frage der Altersarm und Hand ist. Und ja, den kann man nicht empfehlen. Den kann man einfach nicht empfehlen, jetzt in Riester reinzugehen. Weil die Rendite auch daraus zu gering ist. Was habe ich denn mit einem Jahresbetrag von 60 Euro? Von mir aus auch mit 120 Euro. Was ist denn die Rendite daraus? Was ist denn das? So, auch wenn der Staat unglaublich viel dazu getan hat. Ich muss ja erstmal selber auch eigenes Geld an die Hand nehmen. Das fehlt mir dann aber für das tägliche Leben. Also von daher halte ich das eine zwiegespaltene Debatte. Wer es kann, wer die staatliche Förderung sich da organisieren kann, der soll es von mir aus tun. Solange es das Instrument auch gibt. Nur ich sage ja, die Frage ist nicht, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, sondern die Frage ist, erfüllt dieses Instrument das, was wir eigentlich damit bezweckt haben? Ja oder nein? Also für mich ist die Debatte grundsätzlicher. Und das hat jetzt auf dem Einzelnen zunächst mal keine Auswirkungen. Jetzt noch nicht. Sondern es kann durchaus sein, dass 2013 eine Mehrheit, eine andere Mehrheit entscheidet, wir fördern dieses Instrument ab dem Stichsach nicht mehr weiter. Und die, die dann die Förderung nicht erhalten, haben sozusagen eine zusätzliche Absicherung, beispielsweise bei Rente der Mindestentgeltung in der gesetzlichen. Und da geht dann die Förderung rein. Eins, was der Riester-Rente vielleicht auch mangelt, ist das Obligatorium, also die Verpflichtung, eine Riester-Rente zu machen. Jetzt kommt Ursula von der Leyen mit ihrem Rentendialog und der Zuschussrente. Und da gibt es so einen Mechanismus, der jetzt nicht quasi zu einer Zwangsrente-Riester führt, aber dann eben doch. Nämlich, wer eine bestimmte Anzahl von Jahren geriestert hat und eine gewisse Anzahl von Beitragsjahren nachweist, der hat Anspruch auf die Zuschussrente. Ist die Zuschussrente die Lösung des Problems? Die Zuschussrente seit der Zugangsvoraussetzung 45 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt und 35 Jahre geriestert. Das sagt sie. Und meine Antwort auf Frau von Hallein ist ja relativ einfach. Wer 45 Jahre gearbeitet hat und 35 Jahre geriestert hat, der muss an sich mit dem Geld auskommen, mit der Rente, die er kriegt. Der muss nicht darauf angewiesen sein, dass Tante Ursula noch ein Almosen gibt. Also ich halte es für eine völlig bescheuerte Debatte. Jetzt mal allen ernst. Ich kann doch erwarten, dass der Sozialstaat, die Versichertengemeinschaft, wir insgesamt es schaffen, dass jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat und 35 Jahre geriestert hat, dass der durch ist, dass der keine Hilfe vom Staat braucht. Also ich meine, wenn das nicht mehr der Anspruch ist, dann können wir den ganzen Gottesdienstort angehen. Aber die Frau von Hallein hat diesen Anspruch nicht. Das ist der Unterschied. Von daher sage ich mal, die Debatte kommt mit mir nicht infrage. Und sozusagen Menschen über diesen Weg dann auch dazu zu nötigen, in irgendeiner Form zu riestern, damit sie dann Almosen nachher von Tante Ursula kriegen, da wird es ja wirklich bekloppt. Übrigens ist dieses Instrument bei einer Veranstaltung, wo ich zugegen war in Berlin, im Ministerium für Arbeit und Soziales, dieses Instrument von allen anwesenden Wissenschaftlern komplett zerrissen worden. Weil es ganz bestimmte Einkommensklientel, ganz bestimmte Bevölkerungsgruppenbevorzugungen und andere komplett außen vor ist. Was ist es mit dem, der eben nicht 35 Jahre liestern kann? Was ist es mit dem, der keine 45 Jahre voll arbeiten kann, weil er zeitweise arbeitslos war? Oder weil er zwischendurch mal selbstständig war? Oder was auch immer, warum nicht? Oder weil er so spät angefangen hat nach dem Studium, aber nicht wirklich vorangekommen ist. So richtig. Kann ja alles passieren. Das Leben ist halt sehr vielfältig. Was ist denn mit denen eigentlich? Was machen wir mit denen? So in Ursula von der Leins Ideen spielen die alle keine Rolle. Die sind alle weg. So am Ende bleibt dann, ich glaube, einer der Professoren, die da saßen und das Ding zerrissen hat, hat dann gesagt, das waren dann alleinerziehende Frauen, die es irgendwie über die Anerkennungszeiten geschafft haben. Und immer Mini-Beiträge gerichtet haben. Aber das ist nicht mein Anspruch, dass jemand 45 Jahre gearbeitet hat, Beiträge bezahlt hat, 35 Jahre gerichtet hat und dann einen Zuschusskrieg für die Rente. Das ist nicht mein Anspruch. Also das ist, also ich meine, dann können wir wirklich, dann können wir es sein lassen. In dieser Diskussion, in meiner Wahrnehmung, erlebe ich die Rentenversicherung immer so als quasi, ja wie soll ich sagen, als Reparaturbetrieb. Also ist es nicht eigentlich so, dass am Ende eines Erwerbslebens die Rentenversicherung das wieder gut machen oder ausgleichen soll, was über 45 Jahre lang schief gelaufen ist, also insbesondere auch bei der Frage gerechter Lohn für Arbeit? Ja, im Prinzip spiegelt die Rentenversicherung Lebensleistung wieder. Und man kann ja sagen, weil es eben so viele Unwägbarkeiten gibt, auch im Erwerbsleben, sichern wir nach unten hin ab. Aber wenn man sozusagen die individuelle Lebensleistung ausniveilliert, dann ist man schnell bei einer Einheitsrente. Und ich habe die Rentenversicherung immer anders verstanden, auch nämlich als Spiegel der Lebensleistung, der individuellen und persönlichen Lebensleistung. Und das soll aus meiner Sicht auch so bleiben. Das heißt nicht, dass man nicht zusätzlich was macht, dass man nicht zusätzlich hilft, dass man nicht zusätzlich darüber nachdenkt, wie ist das mit Steuerzuschüssen, wie ist das mit Rentenarmindesentgeltpunkten oder wie ist das mit anderen Instrumenten, die man nutzen kann, um Menschen nach unten hin abzusichern. Aber dieses Ausnivellieren, dieses grundsätzliche Ausnivellieren, wie zum Beispiel bei der Zuschussrente, halte ich für nicht zielführend. Es zerstört auch das Vertrauen ins System, glaube ich. Und dann gibt es ja andere Ideen, die dann sagen, es ist egal, wenn du gearbeitet hast oder was auch immer, es ist egal, was du verdient hast, du musst auf jeden Fall x Rente kriegen, das halte ich auch für falsch. Also wer sein Lebtag immer nur halbtags gearbeitet hat und von mir aus sagen auch nur 25 Jahre und nicht 45, der kann nicht erwarten, dass er eine Rente über der Wohnsicherung hat. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Wenn es nicht hinterlegt ist. Das ist genau für mich der entscheidende Punkt. Man muss da auch unterscheiden dürfen und unterscheiden können. Es gibt die von links, die sagen, man soll das nicht unterscheiden, also quasi alles ausnivellieren, zumindest auf einem ganz bestimmten Niveau. Mindestens 850 Euro wollen da ein paar zahlen, die Linken oder wer auch immer. Es ist egal, was jemand gemacht hat. Und ich sage es dann immer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die immer ihr Lebtag vernünftig gearbeitet haben, voll Beiträge gezahlt haben oder so, die haben durch solche Ausnivellierung weniger Rente. Und ich halte das für falsch. Oder man sagt, man tut unbegrenzt Steuerzuschüsse rein. Das ist dann auch eine Frage, ob man das eigentlich will. Also mit jedem Cent Steuern mehr in die Rentenversicherung verlasse ich einen Schritt die Parität. Da muss man mal als Linker auch beispielsweise überlegen, was macht man da eigentlich, wenn man so eine Debatte führt. Da ist man nämlich ganz schön über so eine Einheitsrentedebatte. Und das will ich nicht. Wenn man das Rententhema sieht, also man geht an den Stammtisch, man geht in Kaffeekränzchen und hört, was die Leute so über das Thema Rente sagen, stellt man fest, Rente ist immer ein Dauerthema. Und ich sage mal, die letzte, der letzte, ich sage mal, einheitliche Meinung, halbwegs einheitliche Meinung war zur Zeit der großen Rentenreform an und 1999, das ist ja schon, äh 1990, so ist ja schon ein paar Tage her. Und ich sage mal, es gibt ja nicht nur bei der SPD, sondern auch bei den anderen, in den Bundestag vertretenen Parteien, sicherlich den einen oder anderen, mit schlauen und richtigen Gedanken zum Thema Rentenversicherung. Wie groß ist die Chance, dass man noch, noch mal, wie alle 1990, die Partei noch mal einen Tisch bekommt, um endlich Ruhe in den Karton zu bringen? Weil ich habe den Eindruck, das, was den Leuten am meisten Angst macht, ist, dass immer eine neue Idee rund um die Rente durchs Dorf getrieben wird und man schon gar nicht mehr weiß, wem soll man jetzt glauben, was kommt morgen. Und gerade dann, wenn es um Frage des Alters geht, möchte man ja eigentlich ein ordentliches Fund an Sicherheit haben. Ja, aber jetzt würde ich da auch ein bisschen gelassener bleiben an der Stelle. Ich meine, jetzt gerade in der Krise, in der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich erwiesen, dass unser Rentenversicherungssystem das Stabilste der Welt ist. Hier musste niemand Angst haben. Hier musste niemand am Monat Anfang Angst haben, dass die Rente nicht kommt. In Amerika sind zum selben, im selben Zeitraum Hunderttausende von älteren Altersarmen geworden und auch Soziallilfe abhängig in Amerika, weil sie ihr ganzes privates Vermögen, weil sie nur privat vorsorgen konnten, für das Alter verloren haben. So etwas gibt es bei uns nicht. Also von daher auch mal ein bisschen gelassen noch mit der Frage, so etwas ist denn da eigentlich so. Und wenn man sich anschaut, die Zahl derer, die jetzt Altersarm sind, nicht in 20, 30 Jahren, jetzt, dann reden wir da über eine Zahl, die liegt bei um die 4 Prozent der über 65-Jährigen, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Da reden wir über ganz, ganz viele Frauen, die keine eigenen Beiträge gezahlt haben. Also wenn man Altersarmut meint, mit Grundsicherung, wer kriegt Grundsicherung, ist Altersarmut im Moment weiblich und West. Das sind all die Frauen, die keine eigenen Beiträge bezahlt haben, wo die Männer aber das nicht ordentlich hinterlegt haben. Ja, ja. So, oder die sich auch ihre eigenen Beiträge mal haben, auszahlen lassen, so, zeitnah, so, und Ähnliches. Also von daher ist es jetzt nicht das Problem, jetzt ist das System stabil. Da es sich aber auf Erwerbstätigkeit bezieht, werden wir zukünftig Probleme haben, Langzeitarbeitslosigkeit, die wir jetzt im Osten verbreitet haben, beispielsweise auch hier im Ruhrgebiet verbreitet haben, wirkt sich natürlich massiv aus beim Thema Renten, so, weil sich eben Lebensleistung widerspiegelt. So, in Frage Selbstständige, Solo-Selbstständige beispielsweise, in Frage Alleinerziehende beispielsweise, in Frage zunehmender Erwerbsminderung, insbesondere psychisch Krankheit, das wird sich alles, und da muss ein Rentensystem darauf reagieren. Natürlich muss man darauf reagieren, am besten präventiv. Am besten sorgt man für Ordnung am Arbeitsmarkt, für vernünftige Einkünfe, für vernünftigen gesetzlichen Mindestlohn und so, das entspannt die Situation, was die Kassen angeht, auf der einen Seite, aber auch natürlich individuell. Also was die Frage Zukunft der Renten haben, entspannt sie bei dem Einzelnen natürlich auch ein wenig. Also man muss das eine machen, was die Frage Ordnung am Arbeitsmarkt geht, sondern das andere aber auch nicht lassen. Wir werden ja vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung nicht drumherum kommen, das Rentensystem weiterzuentwickeln. Ich habe keine Lust mehr darüber, reformieren zu reden oder umzumachen, aber weiterzuentwickeln. Und Sozialdemokraten sagen zum Beispiel, unabhängbar ist das, dass man eine erwerbsfähige Versicherung oder etwas entwickelt hat. Und ich glaube, dass es eben nicht nur eine Frage ist, dass man nur die Stellschrauben hat, die es im Moment gibt in der Rentenversicherung. Also Beiträge, Leistungen und Renteneintritt. Sondern darüber hinaus gibt es noch mehr Möglichkeiten zu drehen. Zum Beispiel aus diesem Drei-Säule-System ein Viersäulen-System zu machen. Die eine Säule zum Beispiel reintegrieren wäre eine Möglichkeit. Eine erwerbstätige Versicherung zu machen. Jenseits der Frage, ob du eine Beitragsbemessungsgrenze aufhebst, wäre es auf jeden Fall sinniger, die gesetzliche Rentenversicherung, die Leistungen, die damit einhergehen, Reha, Erwerbsrennung und ähnliches, auf breitere Solidarität zu stützen. Also die Bemessungsgrundlage zu verändern. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, warum ich nicht zumindest bis zur Beitragsbemessungsgrenze in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahle. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür. Sie als Abgeordneter sind ja nicht Rentenversicherungspflichtig. Oder von mir aus auch ein Unternehmer, der quasi aufgrund der Tatsache, dass er selbstständig ist, nicht Rentenversicherungspflichtig ist. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, dass das so ist. Und wir haben doch gesehen, dass es die beste Alterssicherung ist. Jede Form von Individualisierung und Privatisierung birgt unglaublich Gefahren in sich. Wie wir jetzt erkennen können oder wie wir jetzt zum Beispiel an einem Ausschüpfungsverfall bei Riester sehen. Also ich meine, es war ja als Instrument gepriesen, wo du endlich als Arbeitnehmer partizipieren kannst an den Finanzmärkten sozusagen. Ja, und jetzt genau passiert aber das andersrum. Dass sich die Bearbeitung, Verwaltungskosten sind deutlich höher als die Gewinnausschüttung. So, profitiert man im Moment also quasi nur noch über den staatlichen Zuschuss. Deswegen lohnt es sich. Aber so ist es halt. Das passiert in der gesetzlichen Rentenversicherung eben überhaupt nicht. So, und deswegen bin ich ein absoluter Verpflichter dafür, das System zu stabilisieren und zu erweitern. Die Erweiterung, die haben Sie ja angesprochen, auf die zuversicherten Personenkreise. Ist in Ihrer Vorstellung auch nicht nur die Personenkreise zu erweitern, sondern auch die Beitragsarten, also nicht nur Faktor Arbeit, sondern auch andere Einnahmequellen zu finden und zu suchen? Es macht sicherlich Sinn, darüber nachzudenken. Nur es ist schwierig. Also wenn man sozusagen ein System hat, das Lebensleistung widerspiegelt, ist es schwierig, dass zum Beispiel in Form von, es gab mal früher die Debatten in der Gewerkschaftung und Maschinensteuer und so ähnliches, also sozusagen Produktivitätszuwächse auch umzulegen und so. Das ist natürlich relativ schwierig. So, außerdem bin ich da auch etwas anderer meiner. Ich denke, das, was wir an Produktivitätszuwächsen haben, hat sich früher verteilt über Zuwächse bei Löhnen. Zuwächse bei Löhnen hießen auch immer Zuwächse bei den Einnahmen der sozialen Sicherungssysteme. Und damit natürlich auch die Frage, was kannst du verteilen? Also Verteilungsspielräume wurden damit vergrößert. Wenn ich keine zuwachsenden Löhne mehr habe, also die Verteilung, wie wir sie früher hatten in unserer Sozialmarktwirtschaft, dass Produktivitätszuwächse über Löhne verteilt worden sind, wenn das komplett ausfällt, haben wir ein ganz anderes Problem. Dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann stellt man sozusagen soziale Marktwirtschaft komplett in Frage. Und dass das so ist, dass man die Debatte führen muss, sieht man ja an der Auseinanderklaffen, dessen, was zunehmende Armut und zunehmende Reichtum angeht. Und wenn man sich die Lohnentwicklung in anderen europäischen Staaten anguckt, in den letzten 15 Jahren und das vergleichen mit Deutschland, dann haben wir sicherlich, dass wir jetzt so stark aus der Krise rausgekommen sind, auch mit Verzicht auf Lohn erkämpft. Also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Wesentlichen. Und jetzt geht es halt für mich darum, das wieder gerade zu bieten. Jetzt läuft es gut und zwar richtig gut und jetzt müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch richtig gut davon profitieren, dass wir stärker aus dieser Krise rausgekommen, dass wir enorme Produktivitätszuwächse haben, dass wir enorme Kapazitäten gewonnen haben beim Export. Jetzt muss das Geld zurückfließen in die Taschen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und damit fließt es auch zurück in die Sozial- und Sicherungssysteme. Und Lohnzuwächse kriegt man auch zum Beispiel generiert dadurch, dass man gesetzlichen Mindestlohn einführt. Da arbeiten, ich weiß nicht, ich habe es nicht im Kopf, aber irgendwie 3,5 Millionen Menschen irgendwo unterhalb von einem virtuellen 7,50 Euro Lohn. Ich meine, das ist doch unerträglich. Die gehen den ganzen Tag arbeiten und anschließend gehen die dann zumindest noch 1,7 Millionen Menschen, gehen dann noch zur BA oder zum Amt und holen sich Hartz IV ab. Es ist doch unerträglich. Wenn man darüber redet, also über diesen Lohnverfall redet und darüber redet, wie kriegt man das eigentlich dann einigermaßen wieder in den Griff, also ordentlich am Arbeitsmarkt, dann reden wir auch über die Einnahmesituation der sozialen Sicherungssysteme. Die verbessert nämlich schlagartig. Also von daher, im System bleiben, das eine oder andere wieder in Ordnung bringen, das System aushalten. Also ich bin weder für eine Individualisierung noch bin ich dafür, dass man es ausschließlich staatlich macht. Also ich bin der Meinung, dass das System, wie wir es jetzt an sich, auch sauerlich bewährt hat. Das ist ein wunderbares Schlusswort für ein, wie ich finde, interessantes Gespräch über die gesetzliche Rentenversicherung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen für Ihre Zeit und sage auf Wiedersehen bei rentenfernsehen.de